Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Let's Play Max Payne 3. Gut, im letzten Part sind wir genau hier stehen geblieben. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Kopfgeld. Was heißt Suche? Wir wollen den Typen erwischen, der das Kopfgeld jetzt hat. So, was haben die? Ein bisschen Munition. Ich wollte sie schon plündern, hab eben Rage gespielt. Ja, okay. Da ist der Typ mit der Kohle, den wollen wir haben. Ach, verdammt. So, das war gut. Stirb, stirb. Mit weniger Teatralik. So, der ist schon tot. Ach ja, wir haben kaum noch Munition. Ich nehm mal so einen Pain-Killer. So, was haben wir noch im Petto? Lad mal nach. So, der ist auch hinüber. So, können wir hier jetzt wieder durch? Ich glaube schon. So, die beuten wir mal hier aus. Munition braucht man hier am laufenden Band. Ach, verdammt. Ach, das war umsonst. Steh auf. Tja, da ist es um ihn geschehen. Und um uns beinahe auch. So, habt ihr ein paar Kugeln für mich? Ja, haben sie. Ich hab aber zwei Pain-Killer irgendwie jetzt verbraucht. Okay, wohin müssen wir? Wahrscheinlich hierhin. Okay. Alter, ich hab keine Muni mehr. Alter, voll in die Fresse. Ach, scheiße, was ist das? Das war nicht gut. So, die haben mich überrumpelt. Es sollte andersrum sein, aber... Okay, das irritiert mich auch anlauern, weil Max irgendwie bei jeder Sequenz... Indem er... Ach, die hat... So, stirb. Ja, genau das, Max. Das war gut. Das war wirklich sehr gut, Max. Ach, du, meine Güte. Der Max ist auch ein ganz, ganz brutaler Typ. Also echt. Ach, verdammt. Okay, stirb. Hier war doch noch einer. Alter, jetzt hab ich gar keine Munition mehr, oder? Doch, hier, die Uzi haben wir noch. Okay, bisschen sparsamer umgehen jetzt. Nein, verdammt, komm raus. So, der ist auch hinüber. Aber da ist noch einer. Ich sammle mal ein bisschen Munition hier ein. Ach, verdammt. So, da kommen die anderen. Der ist hinüber. Der hat überlebt, glaube ich. So, der nicht mehr. So, Jungs. What gibt es hier? Ich brauch ein paar Painkiller. Gibt's hier ein paar Painkiller? Mal kurz gucken. Man muss doch schon ein bisschen hier Ausschau halten. Ob's nützliches Zeug gibt. Es gibt auch sehr viele Sammelobjekte, aber ja, die hab ich jetzt nicht gesammelt. Gut, da sind doch mal zwei. Wo? Ja, das war beschissen von mir. So. Oh Mann, Alter, ich bin beinahe tot. So, nehmen wir mal ein. Gibt's hier was? Nee, nur Pappbecher. Ist das ein Kino? Nein, das ist ein Stadion. Richtig. Ach du meine Güte. Okay, was stand da? Denkmal untersuchen. Ah, richtig. Das ist der Fußballspieler, der während der Entführung gestorben ist, falls ihr euch noch erinnern könnt. So. Ich nehme mal noch einen Painkiller. So. Was stand da? Keine Ahnung. Ja, das kann man so sagen. Wirklich eine ganze Armee und irgendwie ist die Polizei nicht da. So, ich war kurzzeitig mal irritiert, weil das Telefon gebimmelt hat und Max Payne hat mal wieder seine Waffe gewechselt. Alter, das wird hier ziemlich eng werden. Die blenden ein. Mit ihren. Puh, das war knapp, sage ich euch. Alter, Granate. Oh, das war knapp. Der ist doch schon tot. Ja, jetzt haben wir kaum noch Munition. Armtreffer weg hier. Ja, lieber Arm dran als Arm ab. So, den letzten Ping. Killer nehmen wir auch. Dann nehmen wir mal unsere Uzi hier. Der ist ja immer noch nicht tot. Ach du meine Güte. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ja, ist hier okay? Was denkst du, was ich hier mache? Ach, verdammt. Das war die falsche Stelle. So, was machen wir denn jetzt? Wohin? Ich geh mal hier runter. Ja, ist ja okay. Ja, ist ja okay. So, jetzt haben wir unseren Arsch hier in Sicherheit gebracht. Ein paar Painkiller. Das war okay. Tja, so brutal sieht Max Payne 3 aus. Okay, jetzt haben wir die Sniper. Keine Ahnung, wo der ist. Okay, das wird jetzt interessant. Jetzt müssen wir Pass aus dem Arsch stecken. Komm da raus. Jawohl, ganz sportlich ist der Junge. Was soll der Scheiß? Er geht jetzt wieder rein, oder wie? Die Tür war zu, okay. Gut, einen Speicherpunkt hätten wir schon mal. Ach, verdammt. Okay. Ein Cut war das. Ach du Scheiße. Okay, ich kann mich aber kaum bewegen. Okay, ich kann mich aber kaum bewegen. Und ganz viel Teatralik immer wieder. Ja, der kommt da irgendwie noch runtergerollt durch die ganzen, äh, über die ganzen Treppen. So. Das war ein Treffer. So. Pass aus, wo bist du? Er ist doch schon tot. Wo ist er denn? Ach, da ist einer. Ach, verdammt. So, der ist hinüber. Ach, da ist noch einer. Ich glaube, du bist jetzt sicher, Junge. Jetzt lauf mal rüber. Ja, mach da auch. Ach, du hast aber auch so ein Pech. Komm, heil dich. Ja, das war doch klar. Ach, da ist einer. In front of me, Max. Come on, Max. There are two of your army. I see you. Right behind me. Wo? Ach, da ist einer. Can I see you, Max. Der ist tot. So, was, das? Come on, buddy. I'm taking some serious heat here. Ach, Scheiße. Den habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Ach, du meine Fresse. Verzeih mir, Passus. I'm trying, pal. Throw him over me. Okay, das wäre geschafft. Ich musste mal kurz das Mikro irgendwie ausmachen. Oh, oh. Weil das Telefon die ganze Zeit bimmelt. Ja, ja, ist okay. Geh rein. Ja, frag mich mal. Das wäre interessant. Das wäre interessant. sie machte meine Güte das wird ziemlich schwer okay wo steckt er denn der kann doch nicht hier irgendwie im Gebäude gewesen sein und auf uns geschossen haben ergibt doch keinen Sinn oder okay was ist das jetzt jetzt haben sie den Typen mit dem Geld gefunden okay was wollen die eigentlich von Fabian ach du meine Güte das habe ich gesehen Paso ist jetzt raus da ja haha haha k k k reich eine hohe mit second favorite trinken im jungen mögliche verbiere berg mit dem sturm woher jetzt Na gut, Leute, der Part ist jetzt eigentlich viel zu lang, aber hier werde ich meinen Schnitt machen. Ich habe jetzt einen Speicherpunkt gehabt. Na gut, das trifft sich gut, jetzt werde ich meinen Schnitt machen und hat es euch gefallen, dann wie immer kommentieren, liken, abonnieren, aber auf jeden Fall im nächsten Part wieder mit einschalten. Macht's gut und bis dann, ciao! Bis dann!